So, weiter geht's. Oh, I see, of course I'm in, in, in what capacity? What? Yeah, I have that bike. I know it. Oh. Oh. Was haben wir hier? Geänderter Zeitplan. Vorfallbereich. Lesen. Something's... Flirnenschuh. Schichtwechsel. Dienstag. 23.26 Uhr. Tumult im VIP-Bereich. VIP-Karte des Kunden war abgelaufen. Mittwoch. 2.06 Uhr. Gesamt... Ah, mein Hals. Gesamte derzeitige Security zum Notfall gerufen. 2.15 Uhr. Tiger Claus als Verstärkung gerufen. Donnerstag. 0.24 Uhr. Handgreiflichkeit zwischen zwei Kunden. Beide aus dem Gebäude geleitet. Ne, geleitet. Was ist denn los mit meinem Hals? Freitag, 21.03 Uhr. Puppa hat Security gerufen. Wurde vom Kunden bedroht. Kunde aus dem Gebäude geleitet. 1.42 Uhr. Problem mit Bezahlung. Freund hat für Kunden bezahlt. 7.54 Uhr. Kunde wurde Gebäude nicht verlassen. Wurde aus dem Gebäude geleitet. Samstag. Flynn und White. Schichtwechsel. 20.32 Uhr. Kunde hat an der Bar Bewusstsein verloren. Von Trauma-Team abgeholt. 0.12 Uhr. Gerangel im Eingang. Eingang ausgebrochen. Was ist denn momentan los? Einmal kurz. 0.12 Uhr. Gerangel im Eingang ausgebrochen. Bezahlung wurde abgelehnt. Kunde hat sich aufgeregt. 2.34 Uhr. Puppe wurde verprügelt. 4.06 Uhr. Kunde ist in Kabine bewusstlos geworden. Von Puppe wiederbelebt. 8.32 Uhr. Gruppe aus drei Kunden. Wurde Club nicht verlassen. Aus dem Gebäude geleitet. Oh fuck. Oh. Warum ist denn Skip und Aufstehen auf derselben Taste? Die erste. Vipchip-Clouds. Und Karles Netzwerk. den Mod übernehmen. Habe ich eine Kamera da, wo das ist? Einschalten. Ah, okay. Zeilen. Alan Jones. Besucher 23, Club-Lied-Miet seit 2077. Wirpia. Durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club. 21 Minuten. Trinkgeld. Ausgaben an der Bar. Z.A. geringfügig. Puppe. Weiblich-Latina. Fetisch-Essen. Sonstiges Besitzer und einziger Angestellter eines Scoop-Doc-Stands. Singles. Zahlt den Valentinos-Schutzgeld. Hat sonst keine Verbindung zur Gang. Hat als Teenager einen Cyber-Psycho-Angriff miterlebt. Und hat seitdem Angst vor Zaps zum Psycho. Cyber-Psycho zu werden. Besucher 82, Club-Lied-Miet seit 2071. Tiger-Clauses Moonlight ist peepin' Toms. Sie haben immer ein Eier an ihre Daule. Sie wissen, was in diesen Booten geht. Dann. Datamine die behavioral-Chips. Ich sah den Twist, kam in ein Meter weg. Hat ein Hunch. Wip, nein. Durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club. 28 Minuten Trinkgeld. Ausgaben an der Bar-ETC. Geringfügige Puppe. Männlich. Keine Vorliebe. Fetisch SM-Domination. Sonstiges. Hat wahrscheinlich eine Verbindung zum Militech. Leitet einen Second-Hand-Electronik-Laden. Veriratet zwei Kinder. Beugs Thomas. Besuch 6. Ach, Besuche ist das? Ne. Oh nein. Überfugung mit Club-Mitglied. Ne. Wait. Besuche 82. Besuche 6. Club-Mitglied seit 2074. Wip, nein. Durchschnittliche Aufenthaltszeit im Club. 92 Minuten. Warte mal lange. Trinkgeld. Ausgaben an der Bar-ETC. Durchschnittlich. Puppe weiß. Blich weiß. Fetisch große Brüste. Sonstiges Lastwagenfahrer. Nomad-Wurzeln-Famil. Ist während seiner Kindheit sesshaft geworden. Zweimal geschieden. Extrem schüchtern. Wichtig. Wurde unter ungeklärten Umständen von einer Puppe angegriffen. Und schwer verletzt. Einem vom Michael Madden angehörten Privaterhilfe. Zufolge ist es sehr unwahrscheinlich, dass er. Das eigene Ziel der Attacke war. Überwachung notwendig. Und Entschädigung davon. Und ich, wenn wir ihn davon abhalten wollen, den Club zu verklagen. Oh, ist das unser, oder? Deswegen haben wir vielleicht noch gerade gesprochen. Am Dienstag um circa 1.05 Uhr. Angriff auf den Club. Am Dienstag um circa 1.50 Uhr. Sie griff einen Netto an der Kabine 11 an. Das Opfer war Thomas Brooks, der sich gerade in der Session mit einer Puppe fand, die mit dem System verbunden war. Der Angriff löst bei ihr einen schweren Schock zu stören und psychomatische Symptome aus. Es stellte sich heraus, dass der Netto anruft einen psychotischen Anfall seitens der Puppe zu folgen hatte. In Erwartung eines verheerenden Angriffs auf der Clouds wurde alle Sicherheitsmaß Sicherheitsangestellten des Clubs um 2.06 Uhr eingestellt. Und 10 Minuten später wurde Verstärkung von Tiger Klaus angefordert. Glücklicherweise war Kabine 11 jedoch das einzige Ziel des Nettois. Mr. Biggs wurde erst versorgt und ist im psychiatrischen Krankenhaus angegeliefert. Zum jetzigen Zeitpunkt Freitag ist die Puppe noch nicht wieder einsetzbar. Ja, das ist unsere Kabine 11. Ich benötere die Zutriffe zu Kabine 11 sowie Zutriffe auf alle Aufnahmen des letzten Monats drin. Von Gengala, Larner Ermittlungsdienst. Okay. Cloud Security. Oh ja, ich bin gut. Ich habe neue Hardware. Oh. Das liegt sich auch noch. Äh, ich röste mir gerade ein. Wo bin ich dir hin? Ja. Ja. Also, ich habe hier schon mal nicht öffnen. Kann ich. Oswald Fos, Tiger Klaus. Nichts Gesuchtes oder irgendwas. Kameras sind aus. Hey, no clients allowed in here. Be a tube and close the door on your way out, would ya? As you can see, I'm very busy. Looking for a girl named Evelyn Parker. Got nobody working here by that name. But she used to. What happened to her? Probably did what all the dolls try to do. Found a unicorn to set her up for life. Nah, you can do better. Try Roxy over at Booth too. Same heart-shaped ass. Behavioral chip will do the rest. Won't feel any difference. You don't know what I'm talking about. You look to me like a reasonable man. I think we can work something out. And you look to me like a psycho prick. He's never been ghosted by his Bo or Bill before. But go on. I'm listening. I know you guys got hit by a runner a while back. I can make sure that never happens again. That's so. Let's hear it then. Can I pop off your net too? Let's jump on. Tit for tat. Want to be net secure? You're going to help me find Evelyn first. That's the only way this is going to work. Alright, fine. I'll lay it on you straight. Girl you're looking for, Parker? She ain't here. Tell me something I don't know. Like, where is she? Think you know how things work around here. But you don't know shit. Dulls aren't here to give you pleasure and satisfaction out of the goodness of their soul. They're workers. They're jobs to generate profit. Evelyn stopped pulling profit. No denying that, sadly for her. I saw what she did to the client. She gets spiked or something? Whatever or whoever fried her circuits. It came from outside our subnet. They played their deck like a virtuoso. Her chip was fucking rot. Believe you me, we tried to fix it. Didn't even come close. I'm putting my fearful, too. They're common. These kind of accidents. Ever used tech that never broke? Didn't think so. Behavioral chip splits you right down the middle. Some people plan lose their minds. And for everyone that does, there's a dozen in line to replace them. Crump some coach. Is this you talking about straight? What happened to Evelyn? Got an order from up high to recycle her. You killed her? No. No. I found a Ripper doc who was willing to take a look. Said he knew something or other. You invested your own Eddie's to help poor, unprofitable Evelyn. Please. You killed me. Ripper's the one who paid me. For a broken doll. People got all kinds of kinks. Trust me. I know. Considering where I work. Fingers is a real specimen, though. Got all the fetishes. Even the ones you've never heard of. I'm sure he found her a nice niche. Hehehe. Not what address are. The Ripper. Name and address. Don't know her last name. Don't fuck with me. I'm not. Goes by fingers. Clinics in some godforsaken alley up on Jig Jig Street. Wanna find Evelyn? Look there. Now, you do your end. How do we board up against hacks? You'll need softer to isolate chip and implant receptor layers from cloud subnet. At the same time, we'll keep track of and block any attempts to modify the core on the go. Now inhuman rather than machine. You need Smart Eye. Latest version. Smart Eye. Got it. And I come back here. Eva. While you're at it, take the elevator. Quickie or out of here, the better. Dark fingers on Jig Jig Street. Sounds like a co-ed's wet dream. 1.500? 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 Alter, was hast du denn für eine Knarre? Oh, hoffentlich hat der es gespeichert. Ich dachte nicht, dass der so stark ist. Das Messer ist ja mega scheiße. Macht ja gar kein Damage. Ich dachte, ich kann da zack zack ein bisschen reinstechen, aber hat der Null gejuckt. Du hast aber einen dicken Revolver, da hätte ich ein bisschen Interesse dran. Aber ich möchte schon eine Sache gerne haben, wenn ihr das was nichts ausmacht. Wie komme ich denn durch die Tür? Warum ist die Tür denn zu? Mach doch jetzt mal die Sachen an, das kann ja auch nicht wahr sein. Ich will mein Geld und ich will die Waffe von dem haben. Ich meine, der ist 1500 wert. Ich habe ja auch 500 für die Puppe bezahlt. Also, ne? Was ist das für eine Knarre? Ich weiß, was ist das für eine Chance? Okay. damit so soll ich Rindeballern. Oh, der hat sich geheilt. Das ist ja gar nicht fair. Alter, was ist mit dem los? Nee, der macht mich halt lang. Das geht immer noch nicht. So, wir können die anderen nicht schlussieren. Und hör auf, durch die Wand zu ballern, Alter. 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 Das kann nicht sein. Der hat ja noch 5% oder so. Ja, ich will die Knarre. Und ich will das Geld. Probieren wir eine neue Technik jetzt. Komm ich nicht noch mal dran? Scheiße. Komm ich nicht mehr durch. Schein Mann ist... Ich weiß, ich dachte die Technik würde klappen eigentlich. Ich habe noch einen Katana. Das macht aber null mehr Schaden als das Messer. Hey. Was ist jetzt hier los? Auch wenn ich die Waffe nicht ziehen. Bug oder was? Schein so. Äh, Laden. Einmal... Laden. Ach, mein Nasejucks. Was? Blubbertin hat er? Mal gucken. So. 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 Nicht heilen, du Arsch. Was ist denn? Ich will den haben! Kann ich runterfahren, wieder hochfahren, wieder abschneiden? Sollen wir das probieren? Wo lande ich denn, wenn ich das benutze? Ich will das Geld haben. Das stört mich. Probieren wir erstmal aus. Kann ich meine Waffen holen und dann benutze? Bin ich jetzt hier gelandet? Ah, jetzt bin ich hier. Oh, ich bin jetzt hier. Wait, das ist meine Pistole. Dann ich gerne mal mein Shotgun und meine Sniper. Okay. 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 Das war's. Oh, das war nicht so geplant. Alles los mit dir, Alter. Oh, ich will aber meinen, das ist doch mein Geld. So, was ist das für eine Waffe gewesen? Das ist ein Powersturmgewehr. Er hat mit einer Wolva geschossen. Er hat mit einer Wolva geschossen. 100 Schaden. Ja, das scheint er zu sein. Ich glaube, der ist ein reiches Objekt. Ja, die Gebäude sind, glaube ich, richtig voll interessant in den Räumen. Oh, der ist nicht so schnell wie ich kann. Oh, yeah. Das war's. Ja. Was zur Hölle war das denn? Was ist denn? Warum haben denn alles so aus? Verzeihung ist so ganz verständlich. Okay, das ist noch nicht so. Das ist mir alles zu aufwendig mit dem Leuchttemberg. Das ist nicht so das geilste Waffens. Hier ist Sturmgewehr, aber auch nicht. Da lohnt sich die Aufwand nicht für mich. Ich drück immer die falschen Tasten. 14 verpasst Anruf mittlerweile. So, was habe ich denn hier verpasst? Aufwand. Das ist noch nicht so. So, hold on. Got a real charm, this place. In that slimy, subterranean kind of way. See, your opinion about dollhouses hasn't changed. Oh, but it has. Before, I wouldn't have touched one with a 10-mile pole. Now I'm thinking a fire would really make this place shine. Me, right. You think Finger's got her? I think we'll find her there. V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip in a corpse's head right now. Okay, that's what it is. Whoa. Aha. Hat er einen Punkt, ne? Makes perfect sense, that. Das ist so, ich muss nicht drauf tun. Oder ist er? Ja. 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 Das ist so, ich muss nicht alles wieder richtig ausrüsten. Pistole. Und. Sportflinte. Und. Sniper. Was passiert hier? Was passiert hier? You had a plan. You tried. It fell flat. Now you're flat. Don't look in any condition to find Helmet. Oh, fuck. The hell's that? No, no, damn it. Damn it. Jesus, the fuck do you want from me? It's all going too slow. Gonna decommish before we learn how to rip the chip out. Wanted me dead. Said so yourself. Made it pretty clear sense that I changed my mind. Want you to live now. Asked you already. What the hell you want from me? I gotta get out of jail free, Kahn. I'd be a fucking fool not to take advantage. See, me and Arasaka, we got a half century old score needs settling. And I plan to do it. That's what I need you for. But why? Fighting for some dated ideal? Pursuing a personal vendetta? You don't need to know. Here to get me from point A to point B. Listen, I know things. Where we can save your life, who can help us do that? You'll get rid of the chip. I'll smash Sokka. Win-win, kid. Soulkiller's what we need. And Mikoshi's how we grab it. Ich vertraue dir nicht. Was genau ist Mikoshi überhaupt? Okay, so. This is Mikoshi. What is it exactly? Okay, basics. If you're jacked in, cruise in the net. Arasaka can use Soulkiller. An AI to trap, fry, and pack away your psyche, your mind, and your soul. Following so far? Klo. Sure. That's how you became a construct. Exactly. Now, Mikoshi's the place Soulkiller operates out of, where it stores its victims' engrams. I still don't see how Mikoshi's linked to my chip problem. Not the brightest bulb on stage, are you? Fifty years back, ops on the human mind. Mikoshi was the sole place on Earth where they did anything like that. Hmm. Bet it still is today. Tellin' ya, all roads lead there. It's where we'll settle our biz. You yours, me mine. And, uh, how do you plan to smash Arasaka this time? Got another nuke took the way? This time bomb's named Alta Cunningham. I'm supposed to know who that is? Not yet. But you will, once we find what we need. Not good. For now, we got no time to lose. Need to get inside, Mikoshi. I'm sorry, sir. Could we have a moment over your time? Well, what is it this time? Gauna. There's four besucht. Those city bastards still haven't sent anyone to fix it. Watch your language. Can't you see who you're talking to? Please. What do you need? Well, we need the pipe fixed, that's for sure. Maybe something to fix up some of the units too. There's water damage all over. All right. I'll take care of it. Thank you. Thank you. Typischer, wettvolle Künste. Na gut. Wo ist denn die? Hat die ist hier ganz... Nee, die Chick Chick Street. Chick Chick Street. Gesundheit status krank. Fehlhaft beschädigt. Her implements are older than I am. Can't believe she finds the spares to keep them running. Where's your cute little ass rushing off to? Slow down. Treat yourself to a little R-E-L-A-X-X-X. Tell me what those hands can do. Ain't no other way to live. Follow me. Well, left us instant. Before we go, how about the music? Listen. Mmm. Mmm. Ha! 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 yeah hey you're looking for some company tonight well you found it baby Ja, warum nicht, ne? Neoparden mag ich ja nicht so eigentlich. Das ist bis jetzt nicht die 100 Dollar wert. Okay, here kitty, kittee, was der Rush? Oh. He tipped you for free? Fuck off! Yeah, gear looks a little basic, but it works. So he didn't ask for any money? Nada? das ist die letzte ecke hier Klaus er ist Fingers sieht man doch erst muss ich looten Was ist das? Ja, ich bin das. Das ist der Fingert. Das ist der Fingert. Und wo kann ich ihn finden? Wer fragt? Und warum? Ich habe ein Problem mit dem Implant. Nicht von hierher. Ich konnte noch einen Ripper in der Stadt finden, um dich aufzunehmen. Der Fingert war das beste. Ja, das beste für die Joy-Girls. Bist du ein Hör? Ja. Ein Escort. Für spezielle Tastes. Für einen Ripper, der kann meine spezielle Neues. Gut. Der Fingert will dich lieben. Lass ihn durch. Das ist ganz schön dauernd. Das ist ein Drogen. Das ist ein Drogen. Und hier kommt eine Kackbude. Und hier kommt eine Kackbude. Ist das okay? Bist du richtig? Bist du nie? Bist du also zuwimmst? A Haguewater! Bist du nicht? Bist du nie? Fingert. Bist du nicht? Bist du, ich würde sie wegführen, wiesz? Warum muss ich alles wirklich so richtig konflogiert werden? Sjöne. In der Ende. All ich habe, das sind schreite. Kampflos und schreite. Schön für dich. Warum werden die Sachen nicht mal gehighlighted? CRISPR Die Stimme kenn ich doch. Zuhälter. Die Stimme kennenzulernen. Ich weiß nicht. Ja, aber du hast. Und diese Stimme hat einen Namen. Etwas über 20,000. Was? Komm schon, du hast das Nummer raus. Hey, was ist das Tone mit mir, du skank? Hey, schau mal in den Augen. Wer hat das Geld? Du denkst, dass die Fingern eine schraubende Kugel für kostenlose? Du willst raus? Du musst mich zurückzahlen. Das muss man hier, Judy. Ken's the fans? Die ganze Zeit, du wusstest, dass Evelin nicht in den Klauen war. Wer mich für mich ist? Warum würde ich so etwas wie das lieben? Weil du mir nicht vertraust hast. Du bist richtig, ich nicht. Aber das macht mich nicht so lieb. Ah, warum ist Evelin in den zweiten Klauen? Nach dem Heist, Evelin hat sich mit den Mox für einen Moment, richtig? Das ist richtig. Also warum die hell ist sie zurück in den Klauen? Ich dachte, sie wäre sicherer da. Gott weiß warum. Ich versuchte, sie zu sehen, aber sie würde nicht hören. Hast du noch mit Fingers gesprochen? Wenn nur. Es ist schwerer zu kommen, zu sehen, als die besten Dachs in der Stadt. Wir werden hier für immer. Ich weiß es. Vielleicht können Sie mit den Mädchen sprechen, sehen, ob wir können in der Mitte kommen? Warum ich? Ich glaube, sie mag mir. Das ist einfach, oder etwas besser. Sitz dich und sprich mit den Toy Toys. Sitz dich und sprich mit den Toy Toys. Was ist das denn hier? Warte schon. Ist schon gut? Okay. Ich muss mit den Fingers reden. Das ist dringend. Ich muss ihn sprechen. Es ist wichtig. Du denkst, wir sind hier nur hier, um unsere Klauen zu schnauern? Ich werde dich gut in fronten. Du hast echt schlauern in meinen Klauen. Du kennst das? Und du? Du könntest gut nachdenken und herausfinden, wenn du es moppelt. Du solltest in der ganzen Klinik zu sein. Nicht in einer der Blonde Dreh. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Wir fahren. Komm jetzt. Wir fahren. Komm jetzt. Wir können nachdenken. Ja, hallo. Was kann ich für dich tun? Ich brauche ein Minute, wenn du Zeit hast. Ein Minute? Das ist alles? James. Ich habe die Lippen Lippen von deinem Lippen für Stunden, Stunden. Aber ich bin jetzt busy. Du, Tiger Claws! So weit wie ich weiß, ich bin alles bezahlt. Wir sind mit den Mocks. Die Mocks? Warum hast du nicht gesagt? Also, was bringt dich hier? Die Mädchen wissen, dass du schiffen, schwebte Implantat. Du kannst sagen. Ich würde sagen, sie sind die besten, die ich finde. Sie sehen? Was ist für dich? Was, was sie haben, zu offeren. Und sie haben immer etwas, zu offeren. Du bist ein verdammt. Kennst du das? Was wollen die beiden? Wir suchen Evelyn und Parker. Ich muss wissen, wo sie ist. Was? In meinem Büro, bitte. Viele Mädchen kommen hier. So viele. Aber ich sage es dir so. Ich glaube, dass sie alle die persönliche Töne. Frage auf jeden Fall. Ich bin mehr als ein Schöpdog. Ich weiß, was die Menschen wirklich wollen. Dass sie flattig, vergräßt, 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 dass sie es tun. Dass sie es verdient. Natürlich, ich kann nicht alle und alle. Bitte, schau dir deine exklusiven Derriere. Oh. Oh. Forrest. Name bedeutet dir nichts? Nein. Sie nennen ihn Woodman. Er arbeitet in der Dahlhaus. Du... Du sprachst mit ihm? Woodman und ich, wir sprachen. Sie sagten, dass er hier zu dir gebracht hat. Sie sagten, dass du ihn für sie bezahlt hast. Was ist sie für dich? Du musst du es nicht verstehen. Erstens, ich habe keinen für sie. Er hat mich für sie in. Zweitens, ich habe keine Augen auf die Eddys in der Ende, weil ich sie nicht rejigte. Also, er hat sie mit mir als Payment für meine Erwartungen. Ich kann das nicht hören. Wir sprechen über eine lebend, lebendige Person. Half a lot. Technically. Poor girl. Tried to help her, ich habe. Aber wie Sie sehen, das ist nicht genau eine staat-of-the-art facility. Was ist das? Du sagst, dass du sie nicht helfen kannst. Helper mit was genau? Genau. Wenn ich nur wusste, ich wager, dass sie hier stehen würde, glücklich und glücklich sein. Der Registrier auf ihrem Schiff wurde zu einer Krippe versuchte. Ich versuchte es. Nichts. Der Schmerz wurde durch ein Netrunner benutzt, von einem Netrunner von Homebrewen Malware. Mit der Punkt. Das ist gut. Die Punkt? Ah, ja. Ich habe die fainteste Idee, woher sie ist. Das Geheimnis von diesem Blöckchen! Was machst du mit ihr, ihr Freak? Jetzt, entweder du ein Muzzle auf diese Kreature oder sie unten Es ist nicht möglich, eine Konversation mit ihr mit haben. Ah, ich bin kurz, ich spreche nicht so mit ihr. Ja. So, ich weiß. Du bist sicher über das? 4 Tage, ich hatte sie hier. Sie war cold, in La La Land, für praktisch jede Minute. Es war nicht eine Schlumber Party. Wir hatten keine Pillow-Fights und uns versuchten uns postcards. Undergrund, wie das? Was bedeutet, Untergrund? Ich weiß nicht. Ich meine, ich nicht so das, was ich sehe. Snuf? XBD? Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Woher wir sie finden? Wie viele Male muss ich mich wiederholen? Ich weiß nicht! Ich mache, was jeder in meinem en Ort würde. wer ist dein Fixer? Wer ist dein Fixer? Wer ist dein Fixer? Wer ist dein Fixer? Wir Kacko. Ich sagte, ich habe eine Bustel-Doll mit einem BD-Implant zu handeln. Ich weiß nicht. 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 als zu fragen Fragen von Menschen wie das. Du bist nicht? Was denkst du? Warum diese Mädchen kommen in hier, lassen Sie sich um sie herumschrauben? Sie denken, für deine Charme? Ihre Werteidigung? Sie machen es, weil sie keine Wahl haben. Und im Endeffekt, sie lieben sie. Sie trinken sie. Sie trinken dein Pathet. Was sind diese Leute, was sahen das? Sie sahen das andere? jemanden in dieser Stadt. Really? Sie sahen das andere? Sie sahen das andere? Sie sahen das andere Leute mit dem Kollegen die Menschen nicht mit der Schreie. Einer war ein Freund. Die beiden die Sie, ohne ihre Werteidigung, die Sie sagen, wo sie ihre faire etwas tun. Ich sage etwas über die Vertue mit einem Moth, von allen Dingen. Ich sagte, sie wäre perfekt für sie, was das bedeutet. Aber das ist wirklich alles, was ich weiß. Du schaust sie, wie sie ein fucking Inanimate Mannequin war. Weil das genau was sie war. Ich brauche Luft. Ich werde außerhalb. Nächstes Mal wird es so ein schneller Arschloch. Das Glück, dass du ein NPC bist. Sonst setzt du jetzt die nächste Kugel um den Kopf. Nicht im Fernsehen anschauen. Mann, lass das doch. Ich glaube es jetzt wohl. Nicht mehr anschauen. Und wenn, dann schau mal wenigstens in der Mitte. Ein schöner Stachel. Okay. Das war's. Keine Angst, wir finden sie. Du hast den Brief schon mal gehört. Am besten wirst du auf Vakaba anzusprechen, die kennen wir doch. Wir müssen herausfinden, wo sie scrollen, diese Sachen. Es muss ein Rathol von einem Art. Ich weiß, dass sie viel zu tun haben. Ja, es muss irgendwo in einem Raum sein, aus dem Weg sein. Es könnte sein, dass wir etwas zu sehen, dass wir uns in ihre Richtung bringen, in einer ihrer Vertuhe. Es muss wirklich Gunker sein, um eine klühe. Alle, alle Dinge, verlassen sich etwas hinterher. Nur muss ich wissen, wo zu schauen. Glück für mich. Ich bin mit dem besten BD-Spezialist in der Stadt. Das ist ein extra-Extreit-Extreit. Na ja, dein BD-Extreit hat eine bessere Idee. »Pleasures of Night City«, ein Domain mit seinen Schwanz auf dem Darknet. »Dann machen wir das so, wie du willst.« »Ich will mich an der Jigigiswit umsehen.« »Ich will mich an der Jigigiswit umsehen.« »Ich will mich an der Jigigiswit umsehen.« »Ich will mich an dem Jigigiswit«. » »Ich will mich an understand, was dabei angefangen sein. »Ich will' den Jigigiswit,hooting« »Ich will mich an das Advanced Destiny«, aber »Dann, dass du es nicht gemЛ Snapdragon und betrachtest.« »Ich will mich an der Jigigiswit'« »Ich will mich an der Jigigiswit doch» »M wat für ein nicht?« »M was an一起? »M was eine vanじゃない, davon?« »Das ist dasphäre Ich bin mit Pablo. Ich bin mit Pablo. Ich bin mit dir. Das bedeutet, dass du und ich ein Problem haben. Nun, ich könnte den Siderweg mit deinem Gehirn, aber das würde mich nicht aufhören. Oh, willst du versuchen? Geh auf, Junge! Ah! Nein! Da kann ich keine Titels sehen. Ich will nicht die Titels von meinen Quick Hacks sehen. Ich brauche die Titels. 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 Ja, genau! A particular kind. Particular? You a badge? If I was a badge, you'd already be in cuffs for why you sold the customer before me. Alright, alright. Can't be too careful. What do you want? Give me the best of the best. The ones with the debt's head. Didn't know I was dealing with a connoisseur. The debt's head will cost you, though. Got anything that might interest me? Okay. Das hier brauche ich. Was ist das hier? Würde ich dir auch mal ein paar von kaufen. Ich glaube, die könnte ich gebrauchen. Fuck, das ist ja viel zu teuer. Ich kaufe mal zwei. Tiefen kann ich mir auch mal zwei. Was ich habe, habe ich. Was sind das hier? Okay. Wie kriege ich das da weg? Was ist das hier? Dann machen wir einen Katzio.